Hallo und herzlichen Willkommen zu einem neuen Video. Ich möchte euch heute 18 Organisationstipps geben und zwar für ein stressfreies und entspannteres Leben. Ja, Organisation ist ja irgendwie so manchmal mein Favorit, wenn es darum geht, Stress zu vermeiden. Denn ich habe überhaupt nicht gerne Stress. Ich komme mit Stress mittlerweile auch nicht mehr so gut klar. Und deswegen habe ich mir verschiedene Dinge überlegt, wie ich mein Leben zum Beispiel einfach stressfreier gestalten kann. Ja, die Tipps, die ich unter anderem selber nutze, möchte ich euch einfach auch mit an die Hand geben. Und ja, deswegen gibt es heute 18 Organisationstipps für ein stressfreieres Leben. Als erstes ist es unheimlich wichtig, sich Prioritäten zu setzen. Ich habe früher sehr viele verschiedene Dinge gemacht und fand alle Dinge irgendwie immer gleich wichtig. Was allerdings immer zur Folge hat, dass man manche Dinge nicht mit 100 Prozent macht. Und wenn wir beginnen, uns Prioritäten zu setzen, dann haben wir eben auch nicht mehr so diesen Stress. Soll ich jetzt dies zuerst machen oder das zuerst machen? Und eigentlich möchte ich ja 20 Sachen heute sowieso erledigen. Wenn wir wissen, dass wir eigentlich nur 5 oder 6 erledigen können, kann uns das echt extrem unter Stress setzen. Wenn wir allerdings wissen, dass wir bestimmte Prioritäten haben, können wir ganz klar auswählen. Okay, ich mache zuerst die und die und die Sachen und die anderen nur, wenn hinterher noch Zeit dafür bleibt. Das erschafft einfach viel, viel innerliche Ruhe und natürlich absolute Klarheit. Als zweites kommt der Punkt Umsetzen statt Aufschieben. Wenn wir unsere To-Dos, unsere wichtigen Sachen immer wieder aufschieben, weil wir einfach irgendwie keine Lust haben oder weil das einfach irgendwie schwierig ist und anstrengend ist oder sowas, dann hat das auch zur Folge, dass sich irgendwann so ein ganzer Berg ansammelt und dann werden wir eigentlich immer und immer gestresster. Zwar schieben wir dann vielleicht Sachen auf, weil wir gerade irgendwie wenig Zeit haben, keine Lust haben, es dann alles zu stressig gerade ist. Aber hinterher haben wir nur noch umso mehr Stress, weil wir dann irgendwann gar nicht mehr wissen, wie wir diesen ganzen Berg überhaupt abarbeiten sollen. Deswegen ist es auf jeden Fall wesentlich besser, die Sachen einfach direkt umzusetzen, wenn wir was haben, was wir irgendwie bearbeiten müssen, anstatt die Dinge immer wieder aufzuschieben. Nummer 3 ist ein organisiertes und vor allen Dingen auch ein getrenntes Privatleben. Wer im Job immer sein Privatleben im Kopf hat und vielleicht sich irgendwie noch Gedanken macht, wie er den Abend planen soll, wie die nächsten Wochen verlaufen sollen, ob wir alles gedacht haben, ob wir irgendwelche Listen machen müssen, ob wir noch wen anrufen müssen oder, oder, oder. Der hat wahrscheinlich im Vorfeld sein Privatleben nicht richtig durchgeplant. Sowas sollte am besten nicht der Fall sein. Also das Privatleben sollten wir schon trennen. Das sorgt für viel, viel mehr Ruhe auf der Arbeit, für einen klaren Kopf, für weniger Stress, weil wir natürlich jedes Mal, wenn wir uns gedanklich oder mit dem Handy zum Beispiel durch unser Privatleben auf der Arbeit ablenken lassen, entsteht auf der Arbeit halt einfach viel, viel mehr Stress. Deshalb am besten Dinge, die geregelt werden müssen, die geplant werden müssen, am besten vorab planen. Oder sich vor der Arbeit eine Stichpunktliste machen, woran wir noch denken müssen, was wir noch irgendwie erledigen oder planen müssen oder sowas, damit wir das nicht vergessen und dann während der Arbeit einen klaren Kopf haben können und nach der Arbeit die Liste wieder rausnehmen und weiter da ansetzen, wo wir aufgehört haben. Ich weiß, es ist im Homeoffice manchmal gar nicht so einfach, Privatleben und Arbeit zu trennen. Es ist aber wirklich gut, wenn wir beginnen, das zu versuchen. Als nächstes haben wir eine Selfcare-Routine. Hast du schon mal dran gedacht, dir ein Ritual zu machen, täglich oder wöchentlich? Am besten beides. Wie zum Beispiel so, dass wir jedes Wochenende uns eine schöne, entspannte Badewanne machen. Jeden Sonntagabend nochmal richtig schön entspannen, bevor es irgendwie in die neue Woche geht zum Beispiel. Oder sich eine Massage zu gönnen oder sonst irgendwelche Rituale, die uns entspannen. Jeden Tag zum Beispiel zu meditieren oder sich eine Kopfmassage zu machen, hilft auch ungemein, um einfach mehr Stress loszuwerden und um diese Ruhemomente, diese Ruhepole im Tag verteilt unterzubringen. Denn wenn wir uns selbst vergessen, wenn wir keine vernünftige Selfcare-Routine haben und irgendwie immer nur an die To-Dos denken, immer nur daran denken, was als nächstes bearbeitet oder erledigt werden muss oder sowas, dann vergessen wir uns selbst oft. Und das führt leider dazu, dass wir im Endeffekt hinterher zu kurz kommen und hinterher nicht mehr vernünftig funktionieren. Denn auch wenn wir für vieles sorgen müssen, müssen wir als erstes für uns selber sorgen, damit wir auch langfristig funktionieren. Als nächstes kommen wir zum Punkt Ausmisten. Ich finde regelmäßiges Ausmisten unheimlich wichtig. Denn wenn ich regelmäßig einmal so einen Überblick über meine Sachen bekomme, egal ob jetzt irgendwie im Kleiderschrank oder so normal in Schränken oder sowas, habe ich erstmal sowieso Ordnung und Klarheit in meinem Kopf. Wenn ich irgendwas suche, weiß ich genau, wo es ist. Und ich weiß aber auch, dass ich kein unnötiges Kram halt irgendwie habe. Und mir wird bewusst, was ich habe, was ich vielleicht noch zusätzlich brauche oder was ich halt eben doch überhaupt gar nicht brauche. Es erspart mir sehr viel Zeit, nicht nur beim Suchen von Gegenständen, sondern es erspart mir auch sehr viel Zeit im Sinne von Neuanschaffung, weil ich zum Beispiel auch bei dem einen oder anderen Teil ganz genau weiß, dass ich das zu Hause habe. Ich weiß ganz genau, dass ich sowas früher schon mal hatte und aussortiert habe, weil es vielleicht für mich persönlich nicht so einen großen Sinn gemacht hat. Und ich werde einfach auch nicht so emotional von den ganzen Sachen belastet, die ich da habe. Ein klares Ziel kann dafür sorgen, dass wir nicht irgendwie wirre umherirren. Denn wenn wir einfach nur leben und kein Ziel haben, auf nichts explizit hinarbeiten, dann führt das dazu, dass wir einfach irgendwie so ein Lari-Fari-Leben fühlen. So voll egal, ob jetzt beruflich, dass wir uns irgendwie nicht weiterentwickeln, dass wir irgendwie nicht mehr so das Gefühl haben, dass wir vorankommen, dass wir Spaß haben, dass wir gefordert werden, aber das brauchen wir. Und genauso ist es eben auch im Privatleben, wenn wir kein neues Projekt im Hinterkopf haben, dass wir zum Beispiel irgendwie bald die Küche umbauen wollen, die ganze Wohnung streicheln wollen, ein Gartenhaus bauen wollen oder irgendwelche neuen Blumen umtopfen oder sich irgendwie ein Gemüsebäde anzulegen oder sonstiges. Wenn wir diese ganzen Projekte nicht haben, dann ist irgendwann unser Alltag so richtig täglich grüßtes Murmeltier. Wisst ihr, was ich meine? Und wir haben halt eben nicht so das Gefühl voranzukommen, auch im Privatleben. Und deswegen finde ich, brauchen wir einfach immer ein bestimmtes Ziel, ein klares Ziel. Nicht unbedingt, was jetzt über 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre geht. Kann natürlich, muss aber nicht, aber es kann halt eben auch so etwas Einfaches sein, wie ein Gartenprojekt, worauf man sich einfach so ein bisschen fokussiert und einfach sagt, okay, gut, das ist jetzt irgendwie gerade so ein bisschen meine Priorität und das möchte ich irgendwie hinbekommen. Das macht mir Spaß. Denn wenn wir ohne klares Ziel arbeiten, dann kommt es oft so, dass wir an der Stelle arbeiten, dass wir an der Stelle was machen, an der Stelle was machen und an der Stelle was machen. Irgendwann haben wir so viele kleine Baustellen und so viele unklare To-dos, dass uns überhaupt gar nicht wirklich bewusst ist, wo wir jetzt irgendwie als nächstes weitermachen und wo das Ganze hinführen soll. Das kann zu sehr viel Unorganisiertheit führen, das kann zu viel Verwirrung führen und zu Unklarheit und dadurch auch zu Stress. Wir sollten auf jeden Fall auch Ablenkungen ausschalten. Egal, ob wir jetzt gerade an einem Gartenprojekt arbeiten und uns vielleicht der Nachbar die ganze Zeit versucht rüber zu winken auf eine Tasse Tee und wir irgendwie nicht vorankommen und uns hinterher immer wieder ärgern oder ob wir im beruflichen Kontext vorankommen möchten und einfach an unseren Sachen nicht arbeiten können, weil wir doch immer wieder am Handy hängen zum Beispiel. Ja, also selbst wenn wir berufliche Apps oder sowas auf dem Handy haben, ist dieser Klick zu WhatsApp, zu Instagram und Co. einfach immer so nah. Der ist so nah und in diesen Apps versinken wir oftmals nicht nur zwei Minuten, sondern 20 Minuten oder zwei Stunden oder den halben Tag. Und das ist überhaupt nicht gut. Deswegen sollten wir auf jeden Fall, wenn wir fokussiert arbeiten möchten, wenn wir irgendwie ein bisschen vorankommen möchten, wenn wir organisiert sein möchten, das Handy an die Seite legen. Und wir sollten auch andere Sachen, die uns ablenken könnten, auf jeden Fall irgendwie vermeiden. Dazu gehört natürlich zum Beispiel auch irgendwie der Fernseher oder das Festnetztelefon oder der Computer oder die Freundin, die uns irgendwie eigentlich dabei helfen sollte, die Wohnung zu renovieren, aber wir dann doch wieder nur in der Küche sitzen und Kaffee trinken. Denn durch diese Ablenkung entsteht Stress, denn wir haben etwas vor, wir schaffen das Pensum nicht, was wir uns eigentlich vorgenommen haben und dadurch fühlen wir uns schlecht. Es entsteht Stress und wir haben oftmals dann irgendwie so dieses Gefühl, okay, gut, ich glaube, dann mache ich morgen einfach das Doppelte. Ich möchte aufholen. Und dann irgendwann entsteht wieder dieses Aufschieben und der Berg weht immer und immer mehr. Oder unser Ziel rückt einfach immer weiter in die Ferne, weil wir uns einfach immer wieder ablenken lassen. Und irgendwann sind wir vielleicht schon gestresst, wenn wir einfach nur mit der Sache anfangen, weil wir irgendwie im Hinterkopf haben, dass wir sowieso wieder abgelenkt werden und dass wir sowieso irgendwie nicht so weit kommen, wie wir eigentlich kommen wollten und uns dadurch schlecht fühlen. Dafür zu sorgen, dass es keine Ablenkung gibt, ist also wirklich sehr wichtig. Auch das richtige Zeitmanagement kann dazu führen, dass wir wesentlich stressfreier unsere Ziele erreichen können und auch einfach unseren Alltag leben können. Wenn wir uns oftmals unseren Terminkalender machen, packen wir manchmal die Termine einfach viel zu dicht. Wir nehmen uns zwischendurch keine Zeit, um mal vernünftig durchzuatmen. Wir rechnen irgendwie nicht mit ein, dass wir vielleicht in den Stau kommen. Wir rechnen vielleicht nicht mit ein, dass wir andere Verzögerungsursachen haben auf unserem Weg und kommen dadurch immer und immer wieder in den Stress. Ich weiß, dass wir zwar unsere Zeit manchmal einfach unbedingt produktiv nutzen möchten. Wir möchten möglichst viel irgendwie aus unserem Tag rausholen und da ist ja eigentlich erst mal nichts Falsches dran. Wenn wir uns dann aber total stressen, ist unsere Freude und unsere Aufmerksamkeitsspanne und unsere Konzentration und so hinterher sowieso relativ im Eimer. Also wir können uns nicht mehr auf dem Level hinterher konzentrieren. Wir können nicht mehr irgendwie so in Ruhe Spaß mit unseren Freundinnen haben, wenn wir uns zu diesem Termin so hingehetzt haben, dass wir ankommen und sagen, ach du Scheiße, mein Tag ist eigentlich schon gelaufen. Nein, wir können uns auch nicht so auf die Arbeit fokussieren, wenn wir dort ankommen und sagen so, oh mein Gott, in dem Stau und ich habe mich wieder so aufgeregt, weil ich muss da eigentlich so unbedingt schnell zur Arbeit. Dann sind wir einfach nicht so konzentriert und produktiv, als wenn wir gelassen und fokussiert auf die Arbeit kommen oder wenn wir gelassen und mit Vorfreude zu unseren Freundinnen eintreffen und uns einfach auf einen wundervollen Nachmittag freuen. Listen schreiben ist das A und O. Denn nicht einfach nur To-Do-Listen, die irgendwo rumfliegen und dann irgendwie in der Schublade oder sowas verschwinden und die wir vergessen. By the way, zum Thema To-Do-Listen habe ich schon mal ein Video gemacht. Ich werde es euch oben mal verlinken. Das war für mich auf jeden Fall sehr hilfreich, so wie ich meine To-Do-Listen organisiere, damit ich nicht irgendwie meine Listen immer verlege oder vergesse oder sonstiges. Nein, sondern Listen aufschreiben, vor allen Dingen deswegen, damit wir den ganzen Kram aus dem Kopf raus haben. Total egal, ob wir das jetzt wirklich handschriftlich aufschreiben oder ob wir das halt irgendwie in einer App auf dem Handy machen, digital oder sowas. Total egal. Denn wenn wir so viele To-Do's im Kopf haben, wenn wir irgendwie so, oh, ich muss noch daran denken, dass ich für meinen Sohn noch neues Sportzeug kaufe und ich muss für meinen Freund noch irgendwie das und das besorgen, dann muss ich noch in den Supermarkt, weil ich brauche noch neues Mehl, weil mein Mehl alle ist und dann muss ich irgendwie auch noch dies und das und zur Schwiegermutter, dann muss ich das besorgen und, 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 und. Und dann haben wir 50.000 Sachen im Kopf. Zwischendrin dann vielleicht auch noch die ganzen Sachen im beruflichen Kontext, wo wir vielleicht irgendwie dran denken müssen, was wir nicht vergessen dürfen, neue Strategien, die wir entwickelt haben und, und, und. Schreibt es euch einfach auf. Denn ich persönlich bin auch irgendwie so jemand, der sich sonst immer mega den Kopf gemacht hat und ich habe irgendwie den ganzen Tag nur gebrainstormt, hatte ich das Gefühl, bis mein Kopf irgendwann fast angefangen ist zu rauchen. Und ich habe einfach bemerkt, dass es so viel einfacher ist, dass ich mir vorher so viel, so viel Stress gemacht habe, weil ich die Sachen einfach nicht aufgeschrieben habe. Denn manchmal sind so Ideen oder Dinge, worüber wir nachdenken, vielleicht irgendwie keine guten Ideen. Und solange sie in unserem Kopf sind, denken wir aber, ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Und dann schreiben wir es einfach mal auf und dann sehen wir es so schwarz auf weiß und können es von einer anderen Perspektive im Prinzip betrachten. Und dann sehen wir manchmal, okay, nee, die Idee ist nicht so gut, die verwerfe ich. So, zack. Und dann brauchen wir uns keine Gedanken mehr darum machen. Oder wir sagen, okay, die Idee, die ist super und die nehme ich. Und dann zack, brauchen wir uns auch keine Gedanken mehr darum machen und irgendwie eventuell noch fünf andere Sachen überlegen, die man ausprobieren könnte, wenn die nicht klappen sollte. Ja, so ein absoluter Other-Thinker war ich früher. Jetzt Gott sei Dank nicht mehr so. Unheimlich viel Stress kann klare Kommunikation beseitigen. Wie oft ist es mir schon passiert und euch mit Sicherheit auch, dass wir, egal ob mit Freunden oder mit Kollegen oder sowas, irgendwas besprochen haben und wir haben uns scheinbar nicht klar genug ausgedrückt oder unser Gegenüber hat sich nicht klar genug ausgedrückt. Wir haben uns einfach falsch verstanden. Wir haben die Sachen einfach irgendwie falsch besorgt, falsch umgesetzt, falsch gemacht irgendwie. Und ja, hinterher musste man irgendwie alles nochmal machen oder man musste irgendwie nochmal los und nochmal andere Sachen besorgen. Oder im schlimmsten Fall hat man sich irgendwie vielleicht sogar in die Haare gekriegt. Ganz, ganz klar zu kommunizieren, hat mir sehr geholfen, viel Stress zu vermeiden und einfach viel organisierter leben zu können. Und selbst wenn mir jetzt jemand anders irgendwie etwas sagt, dann bin ich meistens in der Position, dass ich dann einfach das nochmal für mich persönlich wiederhole und nochmal nachfrage. So im Prinzip so, oh, bring mal einen Liter Milch mit. Ach so, ja, ich soll den Liter Mandelmilch mitbringen, dass ich wirklich weiß, okay, ich soll die Mandelmilch oder die ungesüßte oder die gesüßte. Da gibt es ja verschiedene Varianten zum Beispiel. Anstatt zu sagen, so, ja, mache ich. Ich soll den Liter Mandelmilch mitbringen, die ungesüßte und dann kommt von dem anderen Part ein Ja oder ein Nein oder, ne? Einfach nochmal Feedback und dann weiß ich ganz genau, okay, gut, liege ich richtig oder liege ich halt eben nicht richtig. Es erfordert nicht viel Zeit, das halt einfach zu tun. Natürlich müssen wir jetzt auch nicht anfangen, hier so korinthenkackermäßig alles nachzufragen. Aber ihr wisst, was ich meine. Denn wenn wir unklar kommunizieren und ich versuche auch, mich selbst immer möglichst genau auszudrücken, dass ich dann halt eben sage, bring mir mal bitte einen Liter Mandelmilch mit oder gesüßte Mandelmilch. Denn es hat einfach den Vorteil, dass wir viel, viel weniger Stress produzieren, weil wir eben nicht nochmal losgehen müssen, weil wir nicht nochmal alles nochmal machen müssen und weil wir uns nicht mit unserem Gegenüber hinterher irgendwie in die Haare kriegen, weil der eine sagt, nein, das habe ich doch gesagt und der andere sagt, nein, das hast du aber nicht gesagt, das hast du woanders gesagt. Und ich habe für mich festgestellt, das ist eins der wichtigsten, der wirklich, wirklich wichtigsten Dinge, auf die man achten sollte im Alltag. Klarer zu kommunizieren, denn so lässt sich so unfassbar viel Stress vermeiden. Noch so ein Ding sind geregelte Pausen. Ich habe, ich würde sagen, so vor anderthalb Jahren ungefähr, eine Phase gehabt, nachdem ich mein erstes Business eröffnet habe und selbstständig von zu Hause gearbeitet habe. Da habe ich gearbeitet, ohne Punkt und Komma sozusagen, also ohne Pausen und nur eben, wenn es sein musste, habe ich Pausen gemacht, irgendwie jede Minute, die ich arbeiten konnte, sogar teilweise vom Handy aus, während ich gegessen habe und mein Sohn neben mir saß, und gepuzzelt hat oder sowas, habe ich irgendwie teilweise gearbeitet und das war echt viel, viel, viel zu viel. Ich habe früher keinen Wert drauf gelegt, auf geregelte Pausen und deswegen ging es mir eine ganze Zeit lang hinterher auch ziemlich, ziemlich schlecht. Und das ist mit ein Grund, warum ich jetzt heutzutage zum Beispiel nicht mehr so viel Stress irgendwie abhaben kann und warum ich mich persönlich dazu entschlossen habe, wirklich so dieses Slow Living zu leben. Denn ich habe die negative Seite definitiv mitbekommen. Was passiert, wenn man wirklich so in dieser Hustle-Bewegung drin ist und wenn man einfach so viel arbeitet, dass es einem hinterher zum Verhängnis wird. Und ich glaube, dass wir viel zu wenig darauf achten, wie viele Pausen wir machen. Und ich weiß, dass wir in vielen Jobs halt einfach so nicht selber wählen können, wie oft wir Pause machen und dass wir auch da viel zu wenig Pause bekommen. Und das ist halt echt überhaupt nicht cool. Und deswegen habe ich für mich aber zum Beispiel halt auch so eine Regel aufgestellt, dass ich immer mal wieder am Tag so mir einfach mal bewusst so eine Sekunde nehme und einfach mal ganz tief einatme und vor allen Dingen einfach so ganz intensiv ausatmen. Als wenn man wirklich einmal so entspannt so und sich loslässt. Und das tut unheimlich gut. Auch wenn man gerade vielleicht irgendwie nicht die Zeit hat, eine Pause zu machen oder sowas, bringt einen das schon sehr, sehr runter. Und es kann wirklich über den Tag verteilt gegen Stress helfen. Die Erfahrung habe ich persönlich gemacht. Ich nutze es immer noch. Ich nutze wirklich so meinen Ausatmen sozusagen. Also immer, wenn ich ausatme dafür, wirklich so um so Stress auszuatmen. Als ich mir das angewöhnt habe, das war die erste Zeit, mein Freund immer gefragt hat, wieso, was hast du denn jetzt? Als wenn ich so genervt oder sowas, irgendwie so einen Atmer machen würde, so einen Seufzer. Aber das ist nicht der Fall. Denn wenn wir wirklich so kontrolliert ausatmen, können wir wirklich besser einmal entspannen, einmal locker lassen, einmal loslassen. Und Stress ist ja immer so diese stetige Anspannung. Und deswegen tut das einfach unheimlich gut. Selbst wenn wir uns vielleicht nicht mehr Pausen einräumen können, als wir jetzt haben. Aber wenn ihr euch mehr Pausen einräumen könnt und generell einfach gestresst seid, dann nehmt euch wirklich öfter mal Pausen. Man kann zum Beispiel über, also nach Promodoro zum Beispiel arbeiten. Promodoro ist ein Konzept, was sagt, dass wir zum Beispiel 45 Minuten ganz konzentriert arbeiten und dann 15 Minuten Pause machen und dann wirklich aufstehen vor dem Schreibtisch und weggehen. Das geht natürlich nicht irgendwie jetzt auf jeder Arbeitsstelle, aber wenn ihr im Homeoffice zum Beispiel arbeitet, dann empfehle ich euch sowas. Ihr könnt auch andere Zeitintervalle wählen, dass ihr zum Beispiel irgendwie 30 Minuten und 10 Minuten Pause oder 30 Minuten und 5 Minuten Pause oder 50 Minuten Arbeiten und 10 Minuten Pause, 60 Minuten Arbeiten, 30 Minuten Pause, 90, 90 und, und, und. Ihr könnt natürlich verschiedene Varianten wählen, je nachdem, wie gut ihr halt einfach damit klarkommt. Manche Menschen können lieber öfter kurze Zeitspannen arbeiten und es kommt auch immer darauf an, was man arbeitet. So manchmal ist man so voll im Flow und man braucht diesen Flow, dann ist es vielleicht einfach besser, so anderthalb Stunden am Stück zu arbeiten und dann aber auch wirklich anderthalb Stunden richtig Pause zu machen. Des Weiteren ist Lernen und sich verbessern auch unheimlich gut gegen Stress. Auch wenn man jetzt erst mal so denken würde, wenn ich jetzt irgendwie noch mehr lerne, wenn ich mir jetzt irgendwie noch mehr beibringe, wenn ich irgendwie noch mehr in meine Birne reinkriegen muss, dann bin ich ja noch gestresster. Es kommt aber darauf an, was wir lernen. Und wenn wir uns zum Beispiel Dinge beibringen, wie Entspannungsrituale, uns mit Sachen beschäftigen, die uns halt eben vom Stress wegbringen, die uns vielleicht einfach produktiver machen, indem wir hinterher unsere To-Dos in weniger Zeit schaffen und uns dadurch wirklich Zeit einräumen, also wirklich Zeit erschaffen, dann kann uns das Lernen und dieses Sich-Verbessern auf jeden Fall weiterhelfen und Stress entgegenwirken. Denn wenn wir jetzt für unsere Arbeit, die wir täglich irgendwie machen müssen, ja, lass uns mal vorstellen, so wir haben eine Deadline und wir brauchen jeden Tag irgendwie so 10 Stunden Arbeit, um diese Deadline zu erfüllen. Und wir finden einfach, weil wir uns mit bestimmten Themen in dem Bereich beschäftigt haben, Mittel und Wege, wie wir die Arbeit aus 10 Stunden auf einmal irgendwie in 9 oder in 8 Stunden schaffen können, weil wir irgendwelche Handgriffe lernen, weil wir irgendwelche Tastenkombinationen auf einmal können, weil wir irgendwelche Tricks erlernen oder einfach geübter und schneller sind und dadurch diese Arbeit einfach schneller erledigen. Das kann uns natürlich diese zusätzlichen Pausen zum Beispiel zwischendurch ermöglichen und dadurch sind wir einfach nicht mehr so gestresst. Ordnung im Außen hat übrigens auch sehr viel damit zu tun, ob wir irgendwie die ganze Zeit gestresst sind oder halt eben nicht. Je wuseliger das in unserer Umgebung aussieht, desto wuseliger ist es im Prinzip irgendwie auch in unserem Kopf. Die Erfahrung habe ich auch in den letzten Jahren gemacht. Ich muss sagen, so ordentlich wie ich jetzt mittlerweile bin, war ich in meinem Leben noch nie. Ich habe früher gar keine Lust gehabt aufzuräumen teilweise. Also so Anfang 20 war eigentlich so meine absolut schlimmste Zeit, wo meine Küche manchmal oder meine Spüle manchmal so übergequollen ist, weil ich einfach keinen Bock hatte damals. Ich hatte einfach echt wirklich keinen Bock. Und mein Kopf war einfach eben genauso voll und der war genauso irgendwie unorganisiert und ich bin halt einfach irgendwie mit vielen Sachen gedanklich nicht vernünftig weitergekommen und war oftmals einfach sehr gestresst dadurch. Je klarer die Linie im Außen wirklich ist, je mehr Ordnung wir irgendwie im Außen kreieren und je ordentlicher unsere Umgebung einfach ist, desto weniger müssen wir halt eben auch nachdenken, wo sind die Sachen, wann muss ich wieder sauber machen oder oder oder. Und diese ganz kleinen Dinge beeinflussen uns so sehr, dass wir das manchmal überhaupt gar nicht vermuten würden. Das bedeutet, wenn du ein Mensch bist, der einfach sehr oft gestresst ist, halte deine Wohnung einfach täglich ordentlich und nimm zum Beispiel wirklich so bei jedem Gang in die Küche immer etwas mit. Oder wenn du von der Küche wiederkommst, dass du einfach mal einen Lappen mitbringst, den Tisch abputzt und den Lappen nimmst du dann wieder mit in die Küche, wenn du das nächste Mal in die Küche gegangen bist. Dass du so ein bisschen nebenbei versuchst, wirklich so ein bisschen Ordnung zu halten. Denn das ist ein unfassbarer Game Changer für das Thema Stress, auch wenn es irgendwie im Endeffekt gar keinen ersichtlichen Zusammenhang mit dem Thema Stress hat. Es ist aber so. Manche Dinge lassen sich super automatisieren. Ja, und denk doch mal darüber nach, ob du manche Vorgänge in deinem Leben vielleicht irgendwie automatisieren kannst. Gibt es da zum Beispiel irgendwie einen Lieferdienst, den du wählen kannst, anstatt irgendwie jedes Mal selber zu fahren? Gibt es vielleicht ein Computerprogramm, was für dich irgendwie deine Arbeit oder bestimmte To-Dos erledigen kannst, sodass du das nicht mehr machen musst? Oder ganz, ganz klassisch zum Beispiel die Putzfrau, die wir einstellen können, damit wir selber uns einfach ein bisschen mehr Zeit schaffen und ja, damit uns einfach ein bisschen Arbeit abgenommen wird. Schau mal wirklich so in deinem Bereich, wo gibt es Möglichkeiten, irgendetwas zu automatisieren? Automatisieren können wir aber übrigens auch Gewohnheiten. Das bedeutet, dass wir eben nicht nur Computerprogramme oder sowas für uns arbeiten lassen können, sondern unser eigenes Computerprogramm sozusagen. Wie zum Beispiel das Zähneputzen morgens. Denn machst du dir Gedanken darüber, dass du morgens eben ins Badezimmer gehst und dass du irgendwie so, ja, ich muss jetzt die Zahnbürste gleich nehmen, soll ich die mit der linken oder mit der rechten Hand nehmen? Und welche Zahnpasta soll ich draufpacken? Und wie genau packe ich die drauf? Und wie viel eigentlich? Wir machen uns um sowas einfach keine Gedanken, weil das einfach automatisiert passiert. Bedeutet, wir denken einfach nicht mehr drüber nach. Und das ist eine Gewohnheit. Wir nehmen einfach die Zahnbürste, wir selbstverständlich, wir packen Zahnpasta drauf und wir putzen uns die Zähne, bis sie sauber sind und sind halt einfach fertig damit. Meistens beschäftigen wir uns gedanklich mit komplett anderen Dingen und verschwenden nicht einen Gedanken daran. So, bedeutet, wenn wir sowas wie das Zähneputzen zum Beispiel automatisieren können, können wir auch andere Dinge automatisieren. Irgendwelche Dinge, die total wichtig sind, irgendwelche Dinge, die uns gut tun zum Beispiel oder halt eben irgendwelche To-dos, die täglich gemacht werden müssen und über die wir halt eben nicht mehr so viel nachdenken möchten, weil es uns im Endeffekt Zeit erspart. Also egal, ob es jetzt irgendwie die Anrufe sind, die wir tätigen müssen, ob es irgendwie das Schreibpensum ist, was wir erfüllen müssen oder ob es irgendwie andere To-dos sind, die wir machen müssen. Total egal, aber wenn wir das in einer festen Routine einbinden, jedes Mal morgens, wenn ich meinen Sohn zur Schule gebracht habe und wieder nach Hause komme, nehme ich als erstes den Staubsauger in die Hand zum Beispiel oder setze mich an den Schreibtisch und mache die ersten Anrufe oder setze mich an den Schreibtisch an den Laptop und schreibe irgendwie zwei Seiten für mein neues Buch oder, oder, oder. Je weniger wir über die Dinge nachdenken, desto einfacher sind sie im Endeffekt irgendwann. Wirklich klare Entscheidungen zu treffen, kann uns im Übrigen auch helfen, sehr viel Stress zu vermeiden. Nicht nur ein klares Ziel zu haben, wo wir hinwollen, sondern eben auch uns mit Entscheidungen ganz, ganz klar auseinanderzusetzen. Wenn dann zum Beispiel eine Situation kommt, wo wir irgendwie Weg A wählen können oder Methode A oder Methode B und wir sind uns irgendwie nicht ganz sicher, anstatt uns halt irgendwie zu stressen, immer wieder einen Kopf drüber zu machen und sich Sorgen zu machen, hm, ist der Weg der Richtige oder der. Es ist viel einfacher, eben einmal aufzuschreiben, Pro und Contra zum Beispiel und dann eine ganz, ganz klare Entscheidung zu treffen. Dadurch können wir die Sache einfach aus unserem Kopf streichen. Es ist halt einfach irgendwie kein, ja, kein Vielleicht, was irgendwie da oben im Kopf rumschwirrt. Und ihr kennt das mit Sicherheit alle, so ein Vielleicht, so Themen, die noch mit vielleicht behaftet sind, die schwirren immer ganz, ganz lange da oben rum. Also so ist es bei mir auf jeden Fall. Und ja, sich wirklich damit zu beschäftigen, klare Entscheidungen zu treffen, wenn irgendwelche Entscheidungen anstehen, kann helfen, Stress zu vermeiden. Routinen im Büro zu entwickeln, ist übrigens auch so eine Sache. Denn wenn wir nicht genau wissen, wie unser Arbeitsablauf ist und wir das alles irgendwie immer anders machen und wenn wir zum Beispiel nicht genau wissen, was ist jetzt irgendwie als nächstes dran, was ist irgendwie das nächste To-Do, was ist irgendwie die Priorität des Tages, wir haben halt einfach nur so einen ganzen Schreibtisch voller Aufgaben, die halt irgendwann irgendwie erledigt werden müssen, ist das halt einfach ein bisschen schwierig. Deswegen sollten wir uns Routinen entwickeln. Wenn wir zum Beispiel irgendwie immer wieder die gleichen Aufgaben haben, dann machen wir uns eine ganz klare Reihenfolge. Wenn ich zehn Anrufe gemacht habe, dann widme ich mich irgendwie der Buchhaltung und dann mache ich halt einfach irgendwie das und dann mache ich halt einfach irgendwie das. So, das bedeutet, dass wir in allen Bereichen halt einfach irgendwie vorankommen, dass wir uns weniger Gedanken drum machen müssen, ah, ich muss aber heute noch dies und jetzt muss ich das und oh, jetzt habe ich aber vier Stunden das gemacht. Und oh, verdammt, jetzt komme ich irgendwie voll in Stress, weil ich muss noch E-Mails beantworten. Deswegen eine feste Routine, vielleicht auch irgendwie so feste Uhrzeiten oder in Kombination mit Promodoro oder sowas arbeiten und dann entsteht da auch weniger Stress. Positiv zu denken und generell einfach positive Gedanken mit sich zu bringen, ist übrigens auch noch so ein Ding, denn wenn wir immer wieder an uns zweifeln und wenn wir immer wieder so dieses Gefühl haben, oh Gott, ich schaffe das sowieso heute nicht alles und wenn wir uns gedanklich immer wieder fertig machen, an diesen Stress denken, an den Zeitdruck denken und uns selber einfach immer wieder in Frage stellen, dann hat das einfach zur Folge, dass wir viel, viel gestresster sind, als wir eigentlich sein müssten. Das bedeutet, arbeiten wir ein bisschen daran, dass wir mehr an uns selber glauben, dann kann das auch wirklich dazu führen, dass wir weniger Stress haben. Denn wenn wir uns nicht immer den ganzen Ablauf so malig reden, sage ich jetzt mal, können wir uns vielleicht auch wieder mehr darauf konzentrieren, dass uns unsere Arbeit oder unsere To-Dos oder das, was wir eigentlich gerade vorhaben, eigentlich Spaß macht. Denn durch diese negativen Gedanken werden wir komplett von dem abgelenkt, was wir eigentlich gerade machen wollen. Und vielleicht wollen wir gerade ein neues Blumenbeet anlegen zum Beispiel und haben eigentlich total Spaß daran, müssen aber irgendwie bis dann und dann fertig sein, weil wir irgendwie Besuch bekommen zum Beispiel. Und manchmal passiert es, dass wir einfach den Spaß und die Freude daran komplett aus den Augen verlieren, weil wir nur noch irgendwie so diesen Zeitdruck im Kopf haben. Und das ist alles andere als schön und das ist nicht produktiv. Und so sollte es absolut nicht sein, denn das kreiert einfach unheimlich viel Stress. Deswegen weg von den negativen Gedanken, denk wieder positiv, freu dich einfach drauf, wie das B dann halt einfach irgendwie hinterher aussieht. Und vielleicht wird es halt einfach irgendwie nicht perfekt, aber das ist auch nicht so schlimm. Denn zu Perfektionismus kommen wir jetzt. Den Perfektionismus abzulegen, ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Denn ich glaube, wir haben alle schon davon gehört, dass Perfektionismus halt einfach eben überhaupt nicht gut ist und dass er uns einfach nur schadet. Er sorgt dafür, dass wir uns selber total stressen, weil wir Ansprüche an uns setzen, die manchmal sogar echt überhaupt nicht realistisch sind. Ich weiß, wir sind in einer total leistungsorientierten Gesellschaft. Wir vergleichen uns ständig und das ist einfach ein Riesenproblem. Deswegen haben unheimlich viele Menschen mit Selbstliebe und Selbstwert und Selbstwertbewusstsein und sowas einfach zu kämpfen, weil sie versuchen, irgendwie selber die perfekte Welt zu leben, die sie auf Instagram zum Beispiel irgendwie immer sehen. Und es ist wichtig, dass du dich selber daran erinnerst, dass dein Leben nicht perfekt sein muss. Dein Leben wird wahrscheinlich niemals perfekt sein. Und auch die Aufgaben, die wir halt einfach irgendwie erledigen, die müssen nicht perfekt sein, sondern sie müssen gut sein. Und gut ist gut genug. Du bist gut genug. Und das ist halt etwas, was uns auch sehr, sehr viel Stress ersparen kann, wenn wir nicht immer versuchen, irgendwie so ein richtiges Perfektionslevel zu erreichen, sondern wenn wir einfach wissen, okay gut, ich habe meine Sache gut gemacht und ich habe einfach Spaß und Freude daran gehabt. Denn viel, viel wichtiger, als irgendwie Dinge perfekt oder sowas zu machen, ist halt einfach Spaß an den Dingen zu haben. Deswegen plane auf jeden Fall einfach irgendwie deinen Kalender und deine To-Dos und sowas alles so, dass du auf jeden Fall noch Spaß an deinen Sachen haben kannst und nicht hinterher irgendwie in der Perfektion versinkst oder im Stress versinkst, denn dann macht das ganze Leben einfach überhaupt nicht mehr so viel Spaß. Wenn du die ganzen Sachen nochmal nachlesen möchtest, dann kannst du das auf jeden Fall in meinem Blogbeitrag tun. Ich habe auch noch andere Blogbeiträge zum Thema Stress und zum Beispiel Entspannungsmethoden und sowas alles. Also wenn dich das interessiert, dann stöber da auf jeden Fall auch gerne mal auf freiheitsliebeleben.de durch. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen und ja, lass ein Like da, abonnieren nicht vergessen, Glocke einschalten und ja, das war's. Dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Schreib mir gerne noch in die Kommentare, was so deine Mittel und Wege sind, was sind so deine Organisationstipps, die dir ganz viel Stress ersparen. Da bin ich gespannt, wenn ich Freunde lesen darf und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn man so einen Drehstuhl hat, dreht sich immer wirklich drauf, ne? Einfach mal machen. Und nicht runterfallen. Okay, Drehung ist da. Okay. Uh!